Lydian, du musst aber auch die Haare offen lassen, wenn du bist dann. Wo ist der Daniel? Daniel ist weg, der ist geflüchtet. Ja, Daniel hat auch die Haare zu groß, das fasst dich. Aber der Nebel, der verdeckt mir so ein bisschen die Sicht. Ludwig! Schade, wir haben leider keine Rakette an der Kunde, sonst hättest du dir umgekommen. Vier, bitte. So, wir erklären kurz die Regeln. Es kommt zwischendurch eine Stelle, da muss man halt auf eine Kugel geschlagen. Ihr werdet sie erkennen. Du musst nur ziemlich laut tot schlagen. Ey, wir machen Lärm. Zeig, dass du ein Mann bist. Das ist unser Mann, das ist unser Mann. Das ist unser Mann, das ist unser Mann. Du musst nur auf... ...und so laut, das ist unser Mann und so laut, die... Wir machen alles, was unser Mann. Wir machen alles, was wir brauchen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020